Hallo, mein Name ist Dieter Aufgeweckt, ich bin aus der 4BK und will euch heute das Peer-Learning-Team präsentieren. Warum wir das jetzt so machen über ein Video und leider nicht, wie gewohnt, am Tag der offenen Tür, ist eben die derzeitige Situation in Österreich. Jetzt komme ich kurz zu meiner Kollegin, die euch das näher erklären wird. Hallo, ich bin Leila und ich bin auch ein Teil des Peer-Learning-Teams. Ich werde euch jetzt kurz vorstellen, was Peer-Learning überhaupt ist. Peer-Learning ist kostenlose Nachhilfe von Schülerinnen und Schüler an Schülerinnen und Schüler. Natürlich ist dies alles unverbindlich und kostenlos und natürlich werden auch die Corona-Maßnahmen von uns eingehalten. Also, das Peer-Learning-Programm bringt natürlich auch sehr viele Vorteile mit sich. Erstens einmal, dass, wenn man es bezieht, man die Sachen leichter vielleicht lernen kann, dadurch, dass es einem Schüler einem beibringt und nicht unbedingt ein Lehrer. So, wenn man selber ein Tutor ist, so wie ich, dann lernt man halt auch die Sachen zweimal, wenn man sich jemandem beibringen will. Und ja, am Ende des Jahres kriegen wir auch noch ein Zertifikat als Tutoren und mit dem können wir sich natürlich sehr gut bewerben. Ja, danke schön für eure Aufmerksamkeit.